ARD Text im Auftrag von Funk Meinen sehe ich noch nicht Ah, oben Meinen habe ich Wo war der andere? Hinter dir Der ist hochplatz Hinter dir Sehr sehr knapp Hey Ich hab schon drauf geschossen Bevor rausgekommen Ich Ich hab schon drauf geschossen Ich hab schon drauf geschossen Check Ich glaube, einer ist bei mir. Bei mir hin. Komm nochmal, krieg mal hin. Komm, wieder beide hoch. Bei mir ist niemand. Ja genau, ich schieße fünfmal drauf. Da kommt auch keiner. Hinter dir. Ja. Schieß doch schneller, Mann. Hey, jetzt wärs 2-2 gestanden. Wir spielen nur noch gegen einen. Den einen hat's wahrscheinlich rausgehauen. Ja, bei mir im Konto. Zwar gemein, aber was sollen wir machen? Mitte. Bei mir sehe ich ihn nicht. Der ist wieder da unten. Ja, das ist schon gemein. Hä? Der könnte auch rausgehen. Ja. Der ist wieder bei mir wahrscheinlich. Nein. Ja, ich sehe ihn nicht. Ich. Ja, der ist raus. Wollte ich gar nicht suchen, der ist weg. Das ist halt so gut, wie denn er angefangen hat. Und dann gute Arbeit. Betäubung und Splitter, okay. Zeigt ihnen, was wir machen. Der ist weg. Und der andere ist blauer Container. Hast du den oben, oder? Nö. Ah, einer ist bei mir gekommen. Der läuft jetzt ins Haus rein wahrscheinlich. Ja, ich treffe ihn ja nicht. Ja. Schwierig. Einer pusht und einer... Entweder schießen die nur. Einen habe ich. Den anderen auch. Ich habe den nicht mehr eingehalten. Einer geht nach oben. Ab ihn. Ich pushe. So, ich warte mal hier wieder. Vielleicht geht gleich wieder einer hoch. Einer geht hoch. Wo hoch? Bei uns, oder? Der ist gerade wieder Runde geflogen, oder? Der ist gerade wieder Runde geflogen, oder? Der ist Scharfschützenrunde komplett geworden. Ich glaube, die werden jetzt da hoch gehen zu dir. Einer kommt zu dir, pass auf. Ja. Ja. Da kann er sich... Als ob sie gleich gewusst hat, wo ich bin, oder der. Der eine hat mich von Weitem schon gesehen. Einer pusht wieder oben. Bei mir. Der andere glaubt Container. Einen habe ich. Einen habe ich. Jawohl. Hat ich beide geholt. Jawohl. Das sind nicht nur Camper, also. Einer geht, glaube ich. Beide gehen hoch. Einer geht nach oben. Pass auf. Einer ist Container. Ah. Ich musste nachladen. Woher? Woher? Container, Container. Nicht pushen, nicht pushen, nicht pushen. Woher? Zwei Siege. Macht weiter Druck. Ich push doch gar nicht. Heul doch nicht. Ich push jetzt. Nein, nein. Lass. Einer geht hoch. Pass auf. Einer ist unten. Der kommt zu mir. Jau. Die sind am großen Container. Der geht rein. Schönes Ding. Und er stirbt. Das war's. Wir haben es geschafft. Der andere habe ich gleich geholt, als er dich geholt hat. Geholt. Kuss. Und tschüss. Kuss. Und da ist ein bisschen. Kuss. Kuss. Dschüss.